Nein, also die, die hier wohnen, die essen zu Hause, kochen zu Hause, ja, und sonst essen sie sowieso in der Küche, im Winter, jetzt habe ich keine Hotelküche, nix, Privatküche. Sie sind alles kaputt, jetzt in der Gostlinie nichts, nichts in der Küche, ja, ja, also, super, ihr geht jetzt aber in das Hotel, ja, wie heißt sie? Galzig, 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 nein, Galzig, Galzig, nein, 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 das ist, ihr fand da, wir fahren runter, Kreisverkehr, und der dritte Austausch, ja, da haben sie alles gemacht, okay, tschau, 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 tschau.